Waren die hier schon auf mich oder was? Da hinten läuft jemand Hier ist jemand drin Einer ist auf dem Dach Okay Gut, gut, gut Macht Spaß Leute Squad macht Spaß Der heizt sich Ich kann es nicht sehen Oh, der war knapp Hm Es war ein zweiter Rucksack auf dem Dach bei der Leiche Gucke ich gleich mal Der hat ja auch ein zweier Rucksack Ja Vor allem wo seine Mates sind Vielleicht sind das die, die da hinten alle am fighten sind, ne? Aber der ist auch ganz schön langsam vorgerannt hier Keine Ahnung von wo das war Kann ich nicht orten Ich werde meine Typen hier vorne pushen Hm 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 Ich habe keinen Boost Wow Hatte ich leider schon gesehen Hm Hm Ich habe natürlich einen Headshot wieder kassiert Das ist das Geilste Das ist das Geilste Ja Ernsthaft? Das war jetzt der Plan, dass er so im Auto sitzen bleibt? Hehehe Kas vergrüßt dich Ich dachte die flankieren mich jetzt hier clever mit ihrem Dach ja noch, aber Okay, er saß einfach im Auto drin Alles klar Okay Ach komm Wir bomben ihn jetzt einfach zu Hehehe Jetzt ist er genau hin gerannt Guck mal da kommen ganz viele Nades du Ganz ganz viele sind da Mensch Kasper Haut ihr den Prime Sub rein Kasper Dankeschön, vielen Dank, willkommen bei uns Willkommen, willkommen Dank dir für die Unterstützung Naja, naja Leute Droppt er mir sein Loot? Wo sind denn deine Mates? Wo sind denn deine Mates? Wo sind deine Mates? Ich glaube die waren vorhin nur zu zweit, ne? Oh Guck mal da kommen die Die Der ist er doch gewesen Guck mal Leute und deswegen killt man die nicht Deswegen killt man die Gegner nicht, weil dann die anderen noch kommen Oh shit, da ist ja alle Oh shit, da ist ja alle Der hat eine AWM oder eine M24 schallgedämpft Andi, grüß dich Das wird wahrscheinlich der Gilly Typ sein Wo ich nicht weiß wo er ist Der schmeckt, ne? Der schmeckt Ich hoffe der schmeckt dir gut Bum Boah Bum 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 Der Typ mit der M24 muss hier noch irgendwo sein. Das scheiße, weil der hier High-Ground kriegt. Da sind auch noch welche. Bei den Häusern. Der wird wahrscheinlich sein Mäd jetzt unterstützen wollen. Da unten, guck mal, am Haus. Ne, lass nicht einmischen. Ja, gut, dann nicht. Ich werde mal versuchen, von denen ein bisschen Abstand zu halten. Stein ist einer. Nicht mehr. Der hat aber, glaube ich, auf jemanden geschossen. Ja, da hinten am Haus sind auch noch welche. Okay, der ist tot. Wir haben auch gierig weiter looted, ne? Hat er gleich mal Karma für bekommen. Okay. Okay. Ich habe ihn. Ah, ich sehe ihn. Oder? Habe ich ihn da drin gesehen? Ich weiß es nicht. Nee, er ist glaube ich drinnen rumgelaufen. Shit, scheiß drauf. Ich laufe jetzt hier außen rum. Meine Weste ist einfach alles im Arsch, Leute. Keine Nades mehr, leider. Der Baum ist glaube ich nicht mehr drin da hinten, oder? Nee. Okay, der pusht wieder zurück. Ich habe sieben First Aid. Ich könnte mich am Ende auch gegenheilen. Hm. Ich muss meine Posi ändern, die wissen, dass ich noch hier bin. Aber hier ist noch jemand anderes. Ich kann meine Posi aktuell nicht ändern. Nicht so wirklich. Er ist immer noch auf dem Dach da oben. Okay. Haben wir den schon mal beseitigt? Und dann Baum hockt einer, der will hier vorpushen. Okay. 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 Oh Gott Leute, oh Gott